Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, bevor wir ins RP reinsteigen, heute habe ich ein Re-Upload des Schützenfestes in Greffat gemacht. Warum? Ich hatte einen ID-Content-Anspruch auf einen Song, die eine Blastkapelle gespielt hat. Deswegen habe ich das rausgeschnitten, habe es neu hochgeladen. Jetzt ist es auch für euch im vollen Umfang da. Ja, das wollte ich euch einmal kurz sagen. Übrigens, wir haben den 22.05. 16.42 Uhr. Ich bin ja jetzt bei der Berufsfeuerwehr. Mal schauen, was es bringt. Also in einer guten Stunde ist Sonnenwende, Kaffeepause, Server-Restart, wie ihr es nennen wollt. Ich sag mal so, wenn der DRC jetzt da sein sollte, fahren wir kurz rüber und holen das Auto ab. Koste es, was es wolle. Mit den 93ern habe ich mich ja auch geeinigt. Mit der einen Dame muss ich auch noch reden. Die werden wahrscheinlich eh nochmal auf mich zukommen. Schauen wir einfach mal. Äh. Säge. Ja. 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 das ist wenn man hier oben schläft jetzt schauen wir erstmal ok ist nicht da ja manchmal sind die taxis hier ein bisschen verbargt so wie ich jetzt sie auch microphone muted so dahin kommt schon das taxi ja ich bin aktuell autolos weil das auto ja noch wenn mal der c steht aber der c ist aktuell nicht da jetzt warten wir da hinten auf das taxi das steht hier dahin schon da steht einer roten ampel genau 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 hier hier Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Damit diese Funktion restarten, bitte das Tablet. Gut, ich weiß ja nicht welche Funktion du meinst, aber ist okay. Jetzt haben wir noch 1,75 Kilometer. Gut, ich weiß ja nicht welche Funktion du meinst, ich weiß ja nicht welche Funktion du meinst. Ja. Wir müssen wir mal haben. Näm, näm. 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 So, der steht da. Ah, dieses Taxi Gadget ist echt gut, meiner Meinung nach. Da hin, die Ampel ist rot. Gut. Manchmal richtig interessant, wie die hier durch die Stadt kursen. Unsere Taxifahrer. Da fährt er einfach mal knallhart über Rot, aber ist okay. 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 Das war doof. Ja, das war doof. Ich wollte eigentlich Tablet schreiben. Aber okay. Ich saß im Taxi noch drin, also brauchte das Taxi nicht extra kommen. Hat er etwa kein Sprit mehr? Gut, da ist hier eine Zone. Ne, ist keine Zone. Okay. Jetzt haben wir noch eine gute Stunde bis zur Kaffeepause. Ja. Eigentlich ganz gut. Haben wir schon mal ne kleine Folge. Ja. 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 Wo ist er? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sag mal so, ist es nur eine Nummer für mich. Das ist richtig. Ich guck gerade, ob ich sie irgendwo in meiner Liste Fehler finde, aber eigentlich noch nicht. Nein, ich bin gestern eingestellt worden. Ich sollte heute mit dem Ausbildungs- oder dem zugewiesenen Personal sprechen. Okay. Gut, ob ich das weiß. Ja, der Denrasen hat mich gestern eingestellt. Dann hat er das irgendwo wieder hingeschrieben, wo ich es nicht sehe. Ich habe gedacht, das hilft Ihnen weiter. Aber Sie sind nicht Petersen, ne? Ne, ich wollte schon sagen, ich bin Denrasen. Nein, bin ich nicht. Ich bin Fritz Dane. Personalstruktur. Mach mal so. Bei Dienstnummern, da stehen sie auch noch nicht drin. Richtig. Ja, bei den Dienstnummern, das mache ich ja, aber ich gucke gerade im Verteiler, ob er sie irgendwo reingeschrieben hat. Damit ich... Ja, hat er. Wo? Wo? Bei... Äh, den... Warte. Jürgen, gestab, jetzt hat er... Meier mal... Markiert. Äh, äh... Abteilung... War das gestern? Ja. Wenn Sie sich fragen, was ich am HMF gemacht habe... Äh, ich habe einmal kurz meine Ausrüstung abgeholt. Ja. Achtung. Äh, Jan Mayer... Okay, funktioniert sehr schön. Ich schüge meine FA an. Das gefällt mir. Gut. Ein bisschen mehr los. Da, ein neuer Anwärter, Fritz Dane. Ah, ja. Ähm, äh, der... Da... Muss ich noch gucken, ob ich sie hier schon mal irgendwo an habe, weil ich sie hier angenommen habe. Na, ich... Ich stehe schon unter Brandmeisteranwärter im D-Funk. Ich habe sie doch so ein bisschen eingetragen, weil ich bin wieder bei 8. Ich habe ... Die Scheiße leer war. Das sagte gerade der Priester. Wenn der Trage drin ist und du reinguckst, siehst du nix. Oh. Wenn die Trage wieder draußen ist und du reinguckst, ist er wieder voll. ja trotzdem dämlich egal dass es so ist ich weiß ja nicht ob die stadt das neue ding gemacht hat und warte mal eben fritz tanner brandmeister anwärter wo ist denn die tanner hier vor ihnen haben sie schon wieder haare gewechselt das war mein bruder den sie kennengelernt haben der ist ja leider verstorben ich bin der fritz dann ich bin der bruder der tonne ihre dienstnummer wäre die 13 bringt ja glück hier aber ist okay nämlich hieß der andere nicht anders der andere ist sauerstein das war mein bruder der ist leider verstorben und ich heißen geschwister nicht meistens gleich mir egal warum fragen sie dann so gut habe ich noch also fritz tanner brandmeister anwärter der herz ane kann die wir mal zwei minuten 348 oder hier werter war da in der gewahrt kommen wir damit füllen wir das hlf auf das hätte ich auch gleich gemacht weil es ziemlich leer ganze mithelfen ich bin noch nicht registriert ja egal gott tschüss der löschen kann kann löschen und nett so sind noch nicht eigentlich was ja viel spaß ja ruhige schicht ja verstanden ende so pritz tanner brandmeister anwärter sind eingetragen sind doch als grüne sind auch in der mitarbeiterliste haben sie schon haben sie schon einen peter nein ich habe noch gar nichts dann kommen sie mit mir glaube ich habe ein zu viel ich habe ein zu viel nee du musst es ein bf haben und ein bf bereitschaft was so ja muss ich die bereitschaft haben ja wenn sie mal außer dienst und wir eine große mampflage haben dann brauchen wir tatsächlich die jegliche kräfte oder ein b3 brand haben okay den lege ich mir am besten auf die einfach einfach in die hostasche stecken der bimmelt automatisch ich hätte jetzt auf die 6 gelegt nein dann legen sie was anderes hin möchte ich gar nicht wissen aber ist okay legen sie den hin der schlauch ist bei mir auf regulär ich sag mal so ich war ja vor allem in amerika da ich weiß wo ich was hinlegen muss wenn der schlauch noch tief rein muss ich sag mal jemand mit auf dem rtw ich fahr den zweiten rtw gleich so fertig ein habt christin ja mit ausbildung ab am besten rs oder nach mal probalarm ok funk gerät haben sie das schon ich funke immer aus dem fahrzeug raus ok da kommen sie mit wenn ich ehrlich sein soll ich habe mein funk gerät immer über das fahrzeug an doch wenn sie mit als angriffstrump unterwegs sind dann schon ok so werfen sie mir mal eins rüber haben sie wo haben wir die dinger denn da ist das ding ich hätte es mir auch selber rausnehmen können aber danke und dann sage ich dir gleich so geben herr tonne du das lege ich mir dahin gut passt im moment vorsicht jetzt sollte der laden wieder voll sein ja hat ihn gefehlt alles alles komplett nackig nicht funk check nicht komplett ganz gut nee digger die gar ganz so deine mutter sagen aber nicht zu mir kam der funk check durch sehr schön hat funktioniert ja sehr schön also sauerstoffflaschen bahn komplett leer okay das ist schon mal schlecht dass luft-atme ab wann nur noch drei stück drauf prm wann nur noch eine drauf helm waren noch zwei drauf seh strahl über waren drei drauf zum ist aber voll, Taschenlampe aber voll, Feuertisch aber voll. Ja, also Sauerstoffflaschen sollten eigentlich drauf. Was ist das? Der 1er? Ja. Naja, wir haben ihn ja jetzt aufgefüllt. Das wird ja eigentlich immer nach dem Dienst passieren. Richtig. Also ich habe mir noch keine genommen. Ja, können Sie sich auch bei dem Herrn da in der Kampfmontur anziehen. Ja, gut. Ich ziehe mir mal einen. Mal eben schnell eine Flasche. Vorsicht, ich hüpfe mal dran vorbei. Mal gucken, wie jetzt alles funktioniert hier genau. Er kann eine Tasche haben. Ja, ja. Haben Sie eine Tasche oder haben Sie keine Tasche? Ja, ja, ich habe eine Tasche, sonst hätte ich mich ja nicht umziehen können, oder? Nur weiß ich auch nicht. Ah, na, aber recht, dann haben Sie recht. Da ist es richtig. Hätte er sich auch ausleihen können, tatsächlich. Oder ausgeliehen haben. Gut, dann... Da hast du auch wieder recht. Ja, aha. Dann setzt ihr den HLF. Ich fahre mit Matteo jeweils an den RTW. Dann haben wir die Grundsicherung stehen. Dann können wir die FF in den besten Falle wieder auf Normalbereitschaft setzen. Äh, kurze Frage. Ist aktuell Status 6 drin? Ist das gewollt? Ja, weil wir gerade aufgefüllt hatten. Ah, okay. Gut, dann macht den. Kann man jetzt vordrücken. Aber ich brauche noch mal eine Einweisung, weil ich bin komplett brandneu hier. Richtig, ja, die kriegst du vom besten Gruppenführer in der Welt. Hast das Privileg, mit mir zu arbeiten. Und... Einmal alles anziehen. Und brennen. Jawohl. Genau, also... Gut. Fehler, Brandschutzkleidung. Das ist ein Argument. Alles gut. Genau, das wäre die erste Sache. Danach geht's zum Helm. Der Helm ist für dich natürlich... ...unser Standardhelm. Herr Tanne, einfach hier mit beibleiben und zuhören und einfach alles mitmachen. Herr Tanne? Ja, alles gut. Alles klar, der Helm mal anziehen, wa? Ja, kannst du mal machen, dann kann ich dir das ja mal ein bisschen zeigen. Ach Gott. Genau, wenn du den Helm anziehst, das, was du auswählst, ist immer BF Hannover N. Ist halt Feuerwehrhelm ohne Funktionskennzeichen. Ich würde zum Beispiel 1B nehmen, da ich Gruppenführer bin. Der Unterschied bei uns ist, ich habe einen roten Strich an der Seite, du nicht. Ja. Bedeutet einfach nur die Kennzeichnung Gruppenführer. Das selbe geht für weiteres für den B2. Hast du halt zwei Striche, das ist Zugführer. Steht ja auch nochmal über mir, die ist das. Dann hast du... Ähm... Okay, was ist das hier? Okay, den Helm kenne ich gerade selbst nichts. Genau, dann hast du deinen Pressluftatmer, den ziehst du an. Soll ich den jetzt anziehen? Ja, einfach mal zum Testen. Genau, der ist dann halt so. Mit dem G-Muskel kannst du sehen, wie viel du drauf hast. Ich würde wahrscheinlich woanders fahren. 300, perfekt. Genau, 300 Bar ist natürlich immer optimal, wenn du reingehst. Das sollte auch die Perfekte sein. Immer wenn du den hier auf hast, kannst du danach auch die Maske aufsetzen. Das würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Ansonsten atmest du schon weg. Alles klar, okay. Flasche auffüllen tust du einfach, indem du den Dings auf hast. Den Pressluftatmer, den hast du auf, auf dem Rücken. Und dann nutzt du den Koffer. Genau, nutzt hinten aus dem Koffer und nimmst dir eine Flasche und benutzt sie. Alles klar. Den PR kann ich auch wieder ausziehen, indem ich sie benutze. Ja, richtig. Dann hast du ein Handfunkgerät. Positiv. Super. Der Standard-DMO-Funk, also das Handfunkgerät nennt sich DMO. Ja. Das ist die 603. Wird fast auf jeden Einsatz benutzt. Wir haben die 3, alles klar. Jawohl. Sonst kannst du das gerne jetzt schon mal anmelden. Mach ich schon, mach ich schon. Es ist halt darüber, es sollte ein Einsatz sein und du bist als Angrupstrupp im Gebäude, funkst du darüber mich an. Jawohl. Du kannst ja mal ein Funk-Check machen. Wo hattest du? Ja, ein Funk-Check. Perfekt. Check. Genau. Wieder wegziehen. Das Auto-Dings ist das TMO. Kennst du, ne? Hast du jetzt noch in der TV erlebt. Keine Sorge. So oft kenn ich. Genau. Ich meine nur, wie es so richtig funktioniert hier. Standard. Ja, was brauchst du noch? Genau, du hast hier hinten, wie du gesehen hast, alles Wichtige drin. Du hast hier hinten einmal, falls du die Sachen nicht dabei hast, Helm, PA-Maske, Pressluftatmer. Genauso wie die Sauerstoffflaschen. Jawohl. D-Strahl-Rohr. Funk-Check. Oh, wie funke ich denn? Musst du in deinen Einstellungen, da musst du tatsächlich nachgucken. Ich hab's mir als Beispiel auch umgelegt. Das ist einmal Primary und Secondary Radio, wenn du mal nachschaust in deinen Einstellungen. Ich glaube, das ist das Secondary Radio. Genau, das kleine Radio ist Secondary. Das ist relativ weit unten, wenn du auf die Liste guckst. Boah, bei welchem ist das bei mir? Ich weiß gar nicht mal, wie der Muskel heißt gerade. Na. Soll. Gut. Na. Sei schlau, stell dich dumm. Okay. Naja, wie gesagt, müsstest du sonst mal gucken. Hey, passt schon. Wie funktioniert löschen? Wie funktioniert löschen? Gute Frage. Ja, du nimmst einfach ein C-Strahl-Rohr raus. Oder hast, wie gesagt, im guten Fall hast du immer einen dabei. Ich nehme immer einen. Benutzt ihn. Soll ich sowas vielleicht auf die Schnellzugriff-Bar setzen? Ja. Alles, was angriffstechnisch zu tun hat, immer auf die Schnellzugriff-Bar. Dann hab ich zu wenig. Da hab ich meinen Führerschein und so ein Gedöns. Ja, die brauchen da ja nicht hin. Die können ja in deine Hosentasche. Genau. Einfach zielen, schießen. Kenn ich, kenn ich. Okay, perfekt. Das ist so einfach. Aber ich dachte, okay, ich dachte, da ist jetzt eine komplexe Physik hinter. Leider nicht. Dasselbe ist, wenn du einen Zumischer brauchst. Du musst den C-Rohr in der Hand halten und dann den Zumischer benutzen. So wie bei der Gasfasche. Du ziehst ihn dir rüber. Du ziehst den Zumischer rüber in deine Hosentasche. Und in der Hosentasche benutzt ihn dann. Und dann sprichst du Schaum. Wofür ist Schaum? Für welche Brände? Äh, also für den Fertigwaren zum Beispiel? Ja, alles was mit Elektrizität zu tun hat. Hey, jo. Genau, das war's denn soweit erstmal. Feuerwehr, Taschenlapper, also Feuerwehr, Löscher, Taschenlapper, kennst du? Oder ihr besser gesagt? Boah, ist ja perfekt. Einfacher als gedacht. Wir haben noch einen Schleifkorb, aber ich lasse wahrscheinlich eher für Höhen-Tiefer-Rettung. Richtig, richtig, der ist nix für uns. Und der ist, glaube ich, hier gar nicht auf dem Fahrzeug. BMZ-Schlüssel? Ich muss mal eben hier raus, ich hab grad Zwiebeln gegessen, sorry. Gut, Norbert. Ja, danke. Äh, wir gehen. Puh. Ah, sehr schön. Ja, das hier oben finde ich eigentlich ganz gut. Äh, geht nicht. Ich hab kein Platz dafür. Ich hab auch noch Platz. Gut. Ach, alles gut. Dann könnt ihr einmal aufsetzen. Ähm, Bert, du bist der Fahrer. Jawohl. Fürs Erste. Und dann wechseln wir später mal durch. War der damit einverstanden? Äh, äh, ja. Ja, achso. Achso, der ist doch gar nicht auf unserer Seite. Okay, dann stehe ich wieder aus. Der ist gut. Jetzt bin ich jetzt drin. Kannst du einsteigen? Nee, ich guck mal. Ja, ich bin drin. Thor ist zu. Ich wollte auch grad. Achso, der Maschinist macht der zu. Sorry. Ja, Schatzi? Achtung, 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 Achtung. Gib mal die rote Wessel. Hm? Gib mal die rote Wessel. Nee, nee, nee. Naja, doch. Nee, du hast gesagt, ich darf. Nee. Doch, hast du gestern gesagt? Ja, gestern. Du hast aber 200 und ich bin Ausbilder. Ja, dann gehe ich außer Dienst. Warum denn? Schön. Sollen wir mal arbeiten. Gut. Ich wollte eigentlich rumführen, aber... Hab ich es dir jetzt gegeben? Äh, ja. Stopp. Gut, dann passt das. Perk ich jetzt nicht, Gabe. Was denn? Warum du jetzt außer Dienst gehst? Alles gut. Hier, dann macht dein Gruppenführer. Deswegen solltest du ja mit auf dem Fahrzeug sein, damit ich noch einen wenigstens ein hab. Nein. Nein, du machst das jetzt. Gabel. Schönen Feierabend, Herr Gabel. Gabel. Gabel, 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 Gabel. Ja, das ist Liebe in der Feuerwehr. Ich merke es. Deswegen versuch so schnell wie möglich Brandmeister zu werden. Ja. Dann kannst du Maschi und Dings selber machen und dann brauchst du dich nicht mit Dings rumkloppen. Ich will aber eigentlich nur Leitstellen-Disponent werden. Da habe ich gar nichts mit dir zu tun. Ja, verstehe ich. War das jetzt ein Teil der Ausbildung oder was war das jetzt? Ich weiß es auch nicht. Eigentlich ist die Ausbildung ja irgendwann anders. Aber ich habe ja noch gar nichts. Ich bin heute reingekommen. Ein bisschen Vorerfahrung habe ich, aber ich habe ja noch keine Ausbildung. Weder Maschi noch Atemschutz. Seit drei Tagen ist der ADAC nicht da. Mir geht es auf den Geist. Ich will nur mein Auto abholen werden. Ja, wir haben dafür aber die Tageskleidung. Achso, warte mal. Ähm, ich ziehe mich mal eben oben auf Tageskleidung. So. Ja, würde ich auch sagen. Das ist eine Idee. Zeig mal. Das sollen wir eigentlich nur tragen, wenn wir auf Einsatz sind. Ja. 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 Mensch. Ja. Ich mache Maschi. Gut. Dann seid ihr bei der Angriffstruppe jetzt. Alles klar. Wir müssen noch mal kurz vorne halten. Ich muss noch meine Einserung aus dem Spind holen. Hat sich doch. Dürfte aufsetzen. Ich bin noch nicht drin. Jetzt bin ich drin. Die Fahrzeuge sind immer interessant reinzukommen. Ja, man macht erst einen Moonwalk. Guck kurz mal in einer Sachen. Ja. Ähm. Herr Gabel. Mhm. Ähm. Ich wollte Sonntag eigentlich zur Schule gehen. Äh. Zur Schulung gehen. Jetzt ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben. Ich hatte Urlaub beantragt. Hab aber die komplette nächste Woche Urlaub. Ob man da irgendwie noch eine Sonderschulung zwischen. Irgendwie zwischen quatschen kann. Da müssen sie mit der Leitung sprechen. Okay. Wer ist in dem Fall die Leitung? Meier? Oder? Immer den Rasen ansprechen. Immer den Rasen. Für alles. Ja. Da kann ich ja noch übermorgen fragen. Ja, das ist richtig. Vielleicht nächste Woche. Ab Sonntag auch eine Woche weg. Äh. Ich bin nur. Ich bin. Bis Montag Mittag weg. Ja. 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 Ich hab den Rasen schon öfters geschrieben. Ich hab noch nie eine Antwort erhalten. Also. Ich hatte gestern ein Bewerbungsgespräch mit den Rasen. Ich hatte heute auch eines. Aber. Hab mal. Probiert zu erreichen. Ich bin am überlegen wieder zum ADAC zu gehen. Digga. Irgendwie. Ja. Ich brauch mein Auto wieder. Seit zwei Tagen ist der ADAC nicht da. Das rüttelt. Äh. Ja. Und ich bin am überlegen wieder zum ADAC zu gehen. Warum das denn? Wegen den Rasen? Nee. Allgemein. Digga. Läuft hier alles mal ein bisschen komisch, ne? So. Und wohin jetzt? Diese Föhle. Ja. Am besten zur Werkstatt. Diese Föhlefanz da hinten denken sie wären die krassesten, Digga. Also die denken ja, die wären die Obermacher hier. Nee, der will nicht weiterfahren, da sitzt kein Fahrrad drin. Die Tür ist offen. Vor uns. Ich wollte so gesagt haben. Bitteschön. Ja, ich hab so gesagt. Bitteschön. Hätte ich mal nichts gesagt. Mal gucken, was gemerkt hätte. Dann muss ich mir, auf jeden Fall muss ich mir dann nicht mehr die Sachen mit Griffin geben, Digga. Das ist ja wirklich bodenlos, dieses Kind. Ja. Was denkst du, warum ich keine Ränderungswagen fahre? Ja, ich muss die ja fahren, weil, wie gesagt, die von der Dings da hinten, die denken, die wären die Obermacher. Hier. Ähm. Herr Gabel, mit gestern Abend ist geklärt, ist gut. Was war gestern Abend? Naja, die BF, die hatte mich gesucht, weil ich eine Blutung hatte. Ich war am neuen Hotel vor dem Haupteingang, die haben mich nicht gefunden. Sind dann wieder zurück zur BF gefahren. Dann bin ich halt zum, zum, zum Grießkühl gefahren, zum Uniklinik. Dann werde ich angerufen, ja, wo sind sie denn, Herr, 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 Herr Tanne. Achso, ja, wir, wir haben alle auf sie gewartet, dass sie in den Dienst kommen. Ne, ich war ja im Dienst von 9.30, äh, von 8.30 bis 9 Uhr, weil ich hatte ja auch noch Niederschuss, ich wurde ja noch mitten niedergeballert. Äh, ich, ich konnte ja nicht länger als 10 nach 9. Dann wollte ich ja eigentlich nur zum Krankenhaus, äh, zum, zum, äh, zum Hotel und hatte Blutung. Ein Bordell? Oh Gott. Na, äh, ich weiß nicht, ob das neue Hotel ein Bordell ist, aber ist okay. Achso, sie haben Hotel gesagt, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Äh, was machen sie im Feierabend? Ich möchte gerne mit. Oh, ich, Junge, 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 das will man gar nicht wissen, was ich am Feierabend mache. Achso, sie halten Schläuche, okay, ich hab's verstanden. Nee, ich, ich, ich fass, ich fass sehr gerne Kirschen an. Kirschen, okay, ah, okay, hab's verstanden. Ja, gibt's dann ein bestimmtes Schuhgeschäft für. Achso, ah, okay. Hm, gut. Lass es sich, du, yes? Gibt's das in Hannover überhaupt? Ja, perfekt. Ja, Jesus Christus. Äh, ich zieh mich mal eben um, ist das okay? Da müssen sie nicht fragen, es ist ein Einsatz. B1, Buschbrand, yay. Ja. Genau, Jungs, und Damen und Herren, Alma mit PA Ausrüst. Jawohl. Vorbereitung zur Brandbekämpfung. Wir reden gerade von, äh, von, äh, Bordell und er, er kommt mit Buschbrand, geil, oder? Mein Busch brennt auch täglich. Ja, ja. Aber... Ja. Brand, das ist mir wieder zu viel, ich will doch wieder außer Dienst. Du wolltest die, die, die wolltest, äh, den Druckführer machen. Herrlich. Habe die beiden PA und Helm auf? Jawohl. Ich weiß gar nicht, ob ich Helm aufhabe, aber... Ups. Du hast keinen Helm auf, nein? Er ist aber. Jawohl. Sehr große Kopfhauer hier. Äh, kurze Frage, machen wir ganz normale Struktur, du guckst, äh, sie gucken sich das an, du guckst dir das an, und dann, äh, am Meldung... Hauptsache, er hat einen Schlauch in der Hand. Ja, alles klar. Ja, ich hab keinen Zeimann Schlauch in der Hand, das spritzt doch schon. Nein. Genau, so genau wollte ich nicht wissen. Nein, nein, nein. Andere Gesprächsthemen. Ja, wir sind gleich da, auf der linken Seite ist so unser Brand. Also nicht der Herr Brand, sondern der Brand. Nein, ich sehe er, an er einfach. Wo ist er? Anhalten? Ja, ja, ja. Ja, geil. Gut, dann absitzen... Und beginnen mit der Brandbekämpfung. Ja, ich komm nicht raus, geil. Äh... Einmal die vier... Einmal die drei... Nein! Sorry, ich wollte den Schlauch anlegen. Einmal anschließen. Ist angeschlossen. Ach, ach so, würde ich... Okay, das... Nein. Ja, hier Florian Hannover, 358.1. Mit erster Lagemeldung. Brandbeschließlich. Einzug. Unter PA. Mit AMC-Rohr. Brandbekämpfungsvorkampf. Ja, das dürfte gleich schon aus sein. Naja. Ah, brennt ruhig. Einzug oder PA. Ja, sorry, dass ich schon mal vorrückgegeben bin, aber ich hab gedacht. Ja, ja, alles gut. Ich meinte nur damit anschließen. Eigentlich kontrolliert man sehr nacheinander. Äh... Der Kollege hat genickt und ich bin weitergerannt. Ja, Buschbrand ist es nicht. Priorität Nummer eins. Aber es ist alles gut. Äh... Ach, da unten ist auch noch. Ähm, ist aus? Ja, äh... Haben wir im Web... Braucht es noch? Ah, ich halt nochmal drauf. Sicher ist sicher. Ja, kommen. Ja, kommen. Ja, kommen. Ja, kommen. Führer hört. Ja, aber nicht klar. Hab ich den im Web-Kamera? Ja. Die ist positiv. Ist hier in dem Fahrzeug? Ja, sonst kann er. Ich hab' kurz kommen. Äh, Feuer ist... Aus. Au-o-o-o-o-o-o-o-o, Ja, bis zum Ende. Aviea, doch. Dann guck' ich einfach. Wenn ich hier drauf. Emotes den Kameran und dann hat sie... Haben sie die Kamera gefunden? Du kannst übrigens deine Maske ablegen. Ja, mach ich schon. Ja, er ist doch umsaugen. Ja, Feuer aus. Ja, hier der 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Abschließende Anlagemeldung. Feuer aus. Wieder vor dem Start. Komm, komm. 250, das ist noch okay. Herr Tanne, warum ziehen Sie schon Ihre Tages-Sachen an? Wir sind immer noch im Einsatz. Ja, ich weiß, weil das waren alten Lumpen von gestern von den Dendrasen, die ich bekommen habe, die muss ich gleich ganz schnell wechseln, die stinken ja extrem, ey. Immer offen, auch wenn ich noch 250 habe. Ja, du startest immer in einem 911 mit 300 Bar. Ja, alles klar. Ist auch mit Dreck los? Hm. Okay, ich zieh mich mal um. Dann bleibst du auch umgezogen. Mann! Da bin ich... Sorry! Falsches Fahrzeug! Bau auf Straße, yeah! Ja. Ne, ich habe gerade die Frau rausgejagt. Ah, gut. Ja, sorry. Die Frau geht jetzt laufen. Ähm, ja. Kannst du den Helm ruhig abnehmen, ne? Wenn im Fahrzeug kein Helm tragen, ist richtig. Warum? Das ist falsch. Im Fahrzeug trägt man auch Helm. Okay. Ja, aber jetzt kannst du ja erstmal abnehmen. Aber jetzt, aktuell ist es nicht so wichtig. Alles klar. Deswegen ist, im Fahrzeug trägst du alles, ne? Im Fahrzeug setzt du deine PA an, trägst du währenddessen, wenn wir noch nicht im Einsatz sind, ziehst deinen Helm auf, trägst einen Helm im Fahrzeug, aber soweit jemand sagt, darfst ihn abnehmen, dann nimmst du ihn ab. Das ist einfach eine Erleichterung für deinen Fahrzeug. Geil. Das sieht geil aus. Doppelhelie? Beides Polizei? Okay. Das ist nicht Polizei. Wer ist denn das? Das sind normale Zivilhelis. Achso, ach schön. Ähm, willst du die Kettensäcke? Kann ich machen. Danke, weil ich durfte ja den Brand löschen. Hat denn einer von euch schon einen Kettensägen schein? Negativ. Nein, keiner. Keiner. Ja, keiner hat. Ich hab noch nicht mal den Atemschutz. Ja, ich hab auch keine PA. Oh mein Gott, das. Also. Deswegen lernen wir, wie der anbrannt. Die Grundausbildung ist ja bald erst. Absitzen. Jawoll. Dann mittels Kettensäge. Über den Helm hier auf. Hier, vor der Helm auf 3, 2 AH- wenige cryten, 1 Lok zu ersten, 1 Mon Graph paralysuf assemblee 1 Ohne und erste Lager melde. 1 Much. Acht. Herr Tanne, Helm oder Sachen auf 10 geschnitten. SEEK, ich bin nichtständigen gerade dridden. Ich bin nicht der Sch Bryan. Sie machen seine Sicherung. Ich bin nicht der Schnellste. Ich bin nicht der Schnellste. Warten Sie mal kurz. So. Ich bin da. Jetzt dürfen Sie. Ah, die hatten wir halt ein Passt doch noch gar ganz itu Mh. then Sigma black bleibt Der desOLD comenz teste, wie ich eigentlich in Gruppe aber magst. Dann hast du den Stress nicht. Dann musst du aber Fahrer machen. Du musst die Sätze nicht so noch ausziehen, was? Keine Fragen stellen. Ach Gott. So, Achtung, ja. Ja, ich glaube, der hat ein Weenie gemacht. Ich glaube, der liegt aufs Straße. Der ist müde. So, Achtung, ihr bezieht den aber mit Mannes Kraft an die Seite. Kopflos, ja. Kopflos. Naja, der ist müde. Warum hast du mir jetzt den Helm gegeben? Warum hat der Truppführer eigentlich keinen roten Helm? Das Helm wird nicht gemacht. Der hat eine Weste, aber die braucht halt hier nicht. Das sind ja nur wir. Alles klar. Gut. Soll ich es durchfunken? Ja, warte. Ich habe mal direkt das Motorrad auch von der Straße geholt. Außer dir stört das. Nö, das stört das absolut nicht. Der Mensch ist mir da vorne egal, aber das Motorrad nicht. So. Ja. Warte, 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 warte. Musst du noch kurz machen, dies, das, du weißt. Dies, das, du weißt. Ja, ja, ja. So, so. Abfahrt. Können wir denn? Dann Marsch-Erleichterung. Mann, nein! Ich will da hin. Meine Fresse, ey. Jetzt können wir reparieren von Lande. Weißt du, wie du die Rolltour zu kriegst? Ich weiß alles, mein Bester. Komm, ich bin drin. Ich bin nicht mehr das erste Mal bei der DLF. Ne, das zweite Mal. Das ist so richtig, aber woher wissen sie das? Weil wenn sie erst einmal da waren, dann müssen sie da auch ein zweites Mal da gewesen sein. Hä? Küsschen. Küsschen. Egal. Der hat so gar keinen Bock gehabt. Das, dann bringen wir mal nen Helm mit. Wo sind denn die, die nächste Tank, der Reparatur, denkst, Digga? Ja, aber an der C. Fiver, Fiverz mal der C. Der ist nicht da. Ja, aber du kannst den Gango fragen. Du kannst ja trotzdem da drin. Pablo. Pablo, Gango. Wo krieg ich, wo krieg ich eigentlich mein Geld wieder her? Ja. Gar nicht. Von? Ja, von Reparaturen. Ich zahl doch nicht die ganze Zeit aus eigener Tasche. Während ich nur meine 1,7 verdiene. Du kriegst von mir nachher. Muss mir nur ne Preisluste machen. Ich hab auch für die Tasche kein Geld wiederbekommen. Hab ja auch selbst bezahlt. Also, da kann ich dir sagen, da hab ich jetzt schon mindestens... Ja, die Tasche brauchst du ja auch im eigenen Leben. Ich hab mindestens schon 20k ausgegeben. Warum fährt die Polizei da rückwärts? Ja, kriegst du nachher. Habt der das gesehen? Polizei fährt rückwärts auf der Straße. Geil, oder? Wir dürfen sie. Ja. Also sollte jetzt ein ADAC da sein, hätte ich gerne mein Auto wieder, aber da ist keiner. Er ist aber nicht da. Ja. Und wenn du bist im Dienst, ist halt hier nichts zu suchen. Dann würde ich den Truppführer fragen, ob ich außer Dienst gehen kann. Welchen Truppführer? Es ist ein Gruppenführer, ist es. Das ist der Gruppenführer, nicht Trupp. Okay, das ist ein Unterschied. Aha. Oh mein Gott, die Welt geht unter. Nein. 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 Alles super. Hat man das gerade gehört? Ja? Oh nein. Ein bisschen. Aber ist nicht so schlimm. Nein. Everybody was Kung Fu fighting. Wer zahlt denn von euch vieren? Oder von euch dreien? Ich zahl. Okay, wir müssen glaube ich alle aussteigen, sonst kann ich nicht reparieren, oder? Ich steig einfach aus. Dann musst du erst mal rein, ne? Oh. Ne, muss ich nicht unbedingt. Ich sag's. Geht doch auf dem Beifahrersatz genau dasselbe. So, ich mal die Ölspur hier weg machen. Ah, das ist Privatgelände, ja, ne. Ich sag mal so, die haben uns nicht alarmiert. Was denn? Und solange sie keinen Einsatz bekommen haben? Was denn? Für was denn? Kann sie von den Helm auch abnehmen, ne? Helge von Müll. Helge von Müll. Helge. Das ist Privatgelände. Ja. Deswegen machen wir nix. Janne, ihr Helm. Ich geh davon aus, dass in den nächsten 15 Sekunden Einsatz reinkommt. Wir müssen trotzdem den Helm abzunehmen erstmal. Das tut dem Kopf gut. Ich bin drin. Muss jeder machen, wie er's will. Ich sag mal so, ich renne jedes Mal gegen die scheiß Tür. Dann hab ich lieber nen Helm auf. Mehr als Marsha Leiterung kann ich nicht sagen. Das hätt ich mal öfters bei der Bundeswehr hören müssen. Wie oft ich da den Helm tragen musste. Au, au, au. Aber denk dran. Rauchen unterm Helm kostet nen Karsten oder nen Kuchen. Lecker Mutterkuchen. Lecker. Bitte was? Ich hab eins. Oh nein. Wir können direkt mit dem umdrehen, ne? Bist du Maschinist? Natürlich. Okay, gut. Ich frag ja nur für'n Freund. Digga, bei mir ist so Kamerablitze sind bei mir. Und irgendwie so Magenkrummeln. So richtig lautes. Warte, ich hab noch ne Pizza. Soll ich dir einen rüber geben? Ich hoffe, es hört man nicht, alter. Alles doch. Hm? Ich hör gar nix. Gabe? Hä? Messner ist für nen Gruppenführerlehrgang angemeldet. Messner? Abwählen. Er darf kein Gruppenführer werden, Digga. So ein Assi wie er ist. Martin Messner, bitte läd den ab. Warte mal. Heute nicht auch Redzertifizierung? Heute? Ne, morgen. Heute ist Gruppenführer. Naja, ich brauch ihn nicht. Ich hab ihn erst wiederbekommen. Du musst es ja trotzdem zur Rezertifizierung. Ja, da muss ich hin. Aber ich muss jetzt nicht heute zum Gruppenführer. So, wie viel der gleich da kann ich nen Helmy auch abnehmen. Oh, wie sie da alle stehen und nix tun, Digga. Das ist so unfassbar. Oh, ich... Am nächsten würde ich die jetzt alle einfach umkegeln. Will ich nicht mehr haben. Na doch, interessiert mich doch nicht. Ich glaub schon. Mich interessiert's nicht. Abwischen. Jawoll. Warum schließe ich irgendwie ab? Ich bin mit dem Dach. Dach. Ich meine, das ist ne falsche Kleidung. Hallo meine schicken Freude und Tempest. Hallo Freunde! Ich bin mit dem Dach. Ein bisschen Spaß muss sein. Ach Gott. Ach Gott, ja. Heute Nacht feiern. Liefer sein. Ja... Kannst du mir ne Liste schreiben, was jetzt nen Akku zu erledigen ist? Ja, das ist sehr logisch, aber... Der Küche-Aku sollte eventuell auch mal wieder befüllt werden. Fühlschrank. Hauert! Wie machst du von Schwimmküche? Haben wir noch Donuts mit dem Loch drin? Da hat er sich selber nen Ausgefickt. Ach ja. Guuuut... Dann, wen könnte ich denn... In die Abschützwerkschaft, wie könnte man denn da rein? Warum hast du denn immer noch nen Joint in der Lunge? Ach so. Dann... Der Herr Gabel und die grässliche HLF-Mannschaft kümmert sich immer um die Fahrzeugpflege. Äh... Tempest... Tempest macht... Tempest macht wahrscheinlich Verwaltung. Und... Wann haben wir denn hier eigentlich jetzt stehen? Einsatzalarm. Notfalleinsatz. Wbp unklare Lage. Postleitzahl 352. Es rücken aus. Florian Hannover 383-2 Abbrechnung Machst du eine Finanze? Tempel? Ja, Gabel Berichte zu schreiben Achso, keine Berichtung Wenn du sonst einmal in die Leitstille gehst Was für ein neues Medicnet? 16.20 Uhr habe ich diskoniert Geht's ja gestern Abend neues Medicnet Ich geh mal die Flasche wieder auf Ja, ab morgen gibt's nämlich keinen Feiernet mehr Ja, komm mal mit rüber Sag mal nur noch Medicnet oder was? Ja, mir komplett neu Zum Computer ist besser Alter, aber meiner Chuck denkt das Tor Was hat er mit der Trage vor? Wann fährt er nicht einfach rüber mit dem RTW? Junge Tempel, was ist denn mit eurer BF geworden? Alter, was ist das denn? Die Führung denkt auch divers, Alter Ich wollte mich grad drauflegen Ach schön Ich hab gedacht, ich lass mich mal durch die Sonne fahren Ach schön Ich fände es auch schwachsinnig, sorry, aber dass man die Dienstkleidung jetzt mittlerweile verändern darf Wie meinst du? Ja, dass du jetzt sagen darfst, die, oh komm, ich möchte jetzt Tagdienstkleidung und Oberteil... Das kannst du aber nur mit bestimmten... Ja, aber soweit ich weiß, steht in unserer Heiligen Bibel, dass sowas gar nicht mehr erlaubt ist Und ich mein, ich kenn ja die Heilige Bibel Und du meinst das Grundgesetz, Kollege Ja, auch richtig, die Heilige Bibel Ich nenne sie so, für mich gibt's kein Grundgesetz Ich bin... Ich bin der Allmächtige, weißt du Scheißgläubiger Muss mein ganzes Ruhmtelefon hören Hab ich schon mal gesagt, dass ich diese... Diese Fake-Snickers, diese Mini-Fake-Snickers Viel, viel geiler finde als die Originalen Wahrscheinlich Ich... Sein Blutkopf, der geht nicht ran. Den willst du anrufen? Ja. Ich wollte mal was nachfragen für das Konzert, äh, für das Ding, das ich... Oh, Alter! Böhmelöööö! Hä, warum gibt's keinen Rettungsdienst? Ach so, Personensuche! Super! Sind wir vollständig? Jawoll! Der Maschi weiß schon, wann wir vollständig sind. Gut, dann einer von euch nachher absetzen mit Notfallrucksack ausrüsten. Und dann einmal am Fahrzeug warten. Jawoll! Sollte ich das nicht übermachen, da ich den kenne? 10-4! Da du was kennst? Den Notfallrucksack! Ja, oder? Ich hab jetzt einer von euch mehr, egal was macht von euch. Hauptsache, einer hat nachher eine Notfallrucksack aus dem Rücken. Wer ist denn da schon wieder verschwunden? Wer verschwunden? Geah ahnung. Herr, wie verehrte, bin ich denn vor Ort? Ja. Also haben wir noch keine Informationen, okay. Hätte sein können, dass wir von der Leitschein schon Informationen über die von mir zu Personen haben. Ich hab mir den Leitschein noch nicht gefunkt. Okay, gut. Der Fömer wird da auf die 481. Mitfrage gibt es die nähere Kommission zur Person. Negativ. Der RTW ist noch vor Ort. Der braucht euch für Unterstützung oder die Person, die derzeit nicht sind. So, was tun wir noch? Steht sich nicht wieder mit allem, sondern kurz. Ey, die können auch wieder nicht alle Auto fahren, oder? Ah. Hab ich den bei euch berührt? Nö. Ich bin der Beste. Okay, sie haben den Loch berührt. Nö, jetzt haben sie schon mehr gesagt. Ich... Wo ist denn das Ding? Lass mal gucken. Aufer Autobahn. Okay, ich hätte... Oder da drunter. Ist gut möglich. Nö. Eine Sefa, die ist lustig. Eine Sefa, die ist schön. Ähm, Anshade, Anshade einfach auf der Höhe einfach Hemmingen erfordert. Ja, es ist... Wär zu einfach, du, also. Richtig. Warum auch die Fall benutzen, die... dort Einzugsgebiet hat. Richtig. Ähm, schon mal gleich mit dem Heiligentümer aus, äh, falls du irgendwo reinmischst. Nein! In die Person rein, oder was? Ja, warum nicht? Ich glaube... Wahrscheinlich wieder beim Skifahren abgestürzt, oder so. Im Sommer? Ja, deswegen wird ja genug, weil im Sommer Skifährt. Sorry, ich bin gut drauf. Sind Sie lustig? Ja, ich bin ja auch der, ähm, der Tonne, sorry, äh, ja. Ach, der steht unten, der Gargol. Ach, der steht unten, der Tonne. Ja, dann wir turnen und nach unten. Wollen wir uns abseilen? Also ich hab ein Seil dabei, können wir gerne haben. Hat einer von euch den Lärm dafür? Ja, Höhenrettung. Ja, dann runter da. Ah, herrlich. Ist er auf dieser Seite? Ne. Nee, der ist auf der anderen Seite, glaub ich. Nee, glaub ich fand, er würde die. Und jetzt, glaub ich, nach unten, oder? Die spielen schon wieder versteckt mit uns. Sind die nicht... Die sind oben, oder? Ah, okay, da ist ein RTW. Ich kann mal ausrüsten und dann einmal kurz warten. Jo. Jawoll. Ich nehm einmal den... Ja. 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 Ja, ja. Also wir wissen nicht welches Objekt wir suchen, ok, gut. Soll, wir suchen eine Person. Ja, kann alles sein. Wir haben einen Einsatz drin, ja, Personensuche. Ah, ach, sicher. Einmal nach links gehen. Ja, hatte ich grad vor. Wow. Hier liegt jemand. Ja, der Gruppenführer, 348,1 von Maschinen, 341, komm. Ok, gut. Dort. Ja, Frage, ist ein Hubschrauber zur Weitersuche alarmiert, komm. Soll ich was negativ kommen? Ja, soll ich damit. E 해도. enviסung Orgelang Ja, 나� Thul! Da war alles für oder wieder stattfangen. Da oben. Bei Schlafen gegangen ist kurz... Ja, keine Ahnung, ich würd auch sagen... Oder was sagst du, Meier? Wie bist denn immer die Hände so schreckhaft, Alter? Ja, weiß ich auch nicht. Hä? Aufwärmung! Aufwärmung! Hallo! Ja! Na, was dann? Ich hab gedacht, die sitzen schon drin. Gut, bin drin. Wir müssen wieder nach oben, ich krieg nen Anfall. So, wir sind die Feuerwehr, wir dürfen hier rückwärts fahren. Kann man nicht geradeaus Richtung Dings fahren? Wir fahren nicht Richtung Feuerwache. Mama, die Tür zu da hinten bitte! Geht nicht! Probier's! Macht Gott! Warte! Wie hättest du? Ja! Wir haben immer noch auf der Brücke ne laufende Reanimation. Hallo LKW! Haha! Was war da, wenn du rückwärts hast? Auf der Brücke? Ja, da oben irgendwo. Ja, fahr ich jetzt gegen den Verkehr oder nicht? Nee, gefässt im Rettungswagen hinterher. Vielleicht ist es sogar unsere Person und die wir suchen. Ja! Ach echt! Wo dann gleich wieder mit Rettungshochzack ausgerüstet und dann eine Abfahrt. Äh, wer pumpt? Achso, die wehren niemals zur Norte schon. Die fahren oben lang übrigens. Ja, wir müssen einmal drehen. Da, 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 Achtung! Wildfahrer! Die haben alle echt lack geworfen. Hör man, er sagt sie mir, da oben ist keiner. Deswegen ist er jetzt wahrscheinlich einfach nur kurz schlafen gegangen. Wahrscheinlich. Dann würd ich doch trotzdem da oben erstmal warten. Und wenn oben dann nix ist, dann guckst du unten. Alter, unten stand ein Auto. Du kannst auch von oben runter gucken. Habt ihr gesehen, da unten stand ein Auto? Ja, das ist von der Kopfhörung gewesen. So, jetzt probier ich mal hier irgendwie langzuschlangeln. Rettungskasse, nein, danke. Horn an. Das gibt's echt nicht, ey. Ja, aber nicht, seid ihr schön. Nein, ich, nein! Ja, ist okay. Ich wollte eigentlich nur laufen. Der Maschinist, äh, einmal holen das Fahrzeug an der Seite, breitere Seite durchschlängeln. Der Rest, bilden Notfallkopf, verbeine Hand nach hinten vorne. Ja. Rot an den Sack und da soll ich nochmal schnell zurücklaufen. Ah. Der Weg zur Reanimation, da! Wie ist denn Ihr Spitzname? was sein? Und zwar stets an der Seite, aber dann! Wie ist ein Spitzname? Wasμέran? learn eres! Denn die sind sehr viele. Hier sindrut aber 68 bin ich also ich bin glücksernd Herr Steiniger, Sie wissen ja, wer wir sinnvoll zu tragen haben Ich leg Ihnen einmal einen Zugang am linken Arm Genau, der Meier kann Frau Teller anrufen, nur zwei Zeig mal So, der Stich kommt genau jetzt So, Zugang liegt am linken Arm Keine Verletzungen soweit Haben Sie aktuell noch Schmerzen, der ja? Soweit nicht, ne Herr Fasser? Ja Brauchen Sie uns noch? Äh, ne Gut, dann würden wir uns zurückziehen, ja? Jawohl, danke Dafür bin ich jetzt hier extra rangefahren In 8 Minuten gibt's Kaffee Ich check dieses Der Flonau war 38 ein Es wird abschließend Lagerbeilung Für uns kein Handlungsbedarf Der Föhr wird ja die G-Zrück beim Schweren Einfach warten Einfach F drücken und warten Ja Ja Ah, jetzt geht's los Der Abschlusswelle von Drachen tut ganz keinen Einsatz für die Feuerwehr Es nimmt zwar jetzt Verstand Jetzt würde ich da vorbeizuschengeln Das ist easy Mach mal Horde an, dann kommst du auch durch Ne, mach schon mal nicht Das wird nicht An, dann bringe ich den Jetzt ganz Ruhe Du fährst doch jetzt nicht den ganzen Weg rückwärts, oder? Ich wollte schon sagen Ja Dank dir Okay Ja, okay, danke Ich würde mir noch mal eine erklären, wie mache ich diesen Rucksack auf? Falk, tasten Muskeln nach oben Ach, Gott Hörst du deine Egel tasten Muskeln nach oben Längeres Wort kann man nicht einfallen, Alter Schon peinlich war Als moin Was hättest du denn jetzt gesagt? Ich denke nach oben Fertig Ja, ich denke auch nach oben Die machen den Reißverschluss Da ist ein Pfeil dran, dann machen sie den Reiß auf Am Reißverschluss? Am Reißverschluss ist ein Pfeil nach oben und den drücken wir Oh, das ist ja noch länger, Digga Da ist doch Pfeilmuskel nach oben auf dem besser Aber wie kann man am Reißkorn den Reißverschluss aufmachen? Weiß denn, Reißverschluss Was? Wie kann man am Reißkorn den Reißverschluss aufmachen? Oh, nee, nee, Tanne, Tanne, nein, Ruhe jetzt Ist es wieder zu viel Niveau? Ja Für uns auf jeden Fall Das ist ein zu niedriges Niveau Achso Kommt bald Steiniger gleich Noch niedriger als die, die am BF stehen? Okay, alles klar Ja Na, da stehen sie ja gleich Oh, ich will nicht zurück zu BF Ja, warte, beim Bauen beim Unfall brauchen wir nicht zu BF Oh, soll ich? Das habe ich beim ADAC auch sehr gut gemacht Nein Ist ADAC da? Nein, ist er nicht Nein Natürlich nicht, Alter Du denkst auch, der ADAC ist jemals da Ich will eigentlich nur mein Auto wiederhaben, aber ach Gott Jetzt nicht Ne, ich weiß, deswegen fahren wir Taxi Ach, deswegen stehen die Taxis überall in der Wache Ja Ja Erst dann auch gab es einen Einsatz, wir durften ein Taxi aus der Eingangshalle entfernen Ja, ja, das waren meine Taxis Schnibbel das Taxi erstmal auseinander, Alter Ne, wenn man Taxi ruft, die parken alle in die Eingangshalle ein Wer ist denn so der, wer wäre der Ansprechpartner für die Ausbildung im Rettungsdienst? The Moor? Keine Ahnung Aber denkt doch einfach dran, die Ausbildung fände doch irgendwann immer nach und nach statt Heute ist der Gruppenführer, dann kam morgen das Rezertifizierungsding Jo, sagt doch, die Grundausbildung Ah, naja So, ich halt mal hier rechts ran Ja, 5 Minuten Ja, fahrt mal zurück, bitte Dann komm ich nur mit dem Taxi ins Hotel Gehst du dann auch schon wieder, oder was? Ich geh jetzt gleich kurz schlafen für eine Stunde Na, der Gabel hat gesagt, die soll ins Bordell gehen, aber so muss ich ins Hotel Das röte ich Gut, dann haben wir das auch geklärt Oder was macht die so in der Pause? Ihr habt doch 10 Minuten Pause kenne ich nicht Okay, ja Dann geb ich ihnen gleich meine Schuhe, dann können sie Schuhe putzen und haben sie was so gut Keinen Fall Sie haben doch gesagt, Pause kennen sie nicht Richtig, aber ich putz nicht ihre stinkenden Schuhe Ja, gut Ich kann das alles nicht mehr hin Was denn? Everybody was Kung Fu Fighting Arbeiten, es geht nicht mehr Wie sie da alle stehen, die fallen Schwänze Ist das auch normal Das ist jetzt Au Nichts passiert Sorry Ich wollte gar nicht aussteigen, die Tür ist kaputt Ihr Fahrt das Fahrzeug mal bitte kurz reparieren Ah, ja, nee Nach der Wende Ja, nach der Wende Äh, wie ist das sinnlos, Dinger Weiß ganz genau, was gleich Wende ist Ich brech zusammen Kann Nicht nur du Voll mit der Hasse für den Chef umgefahren Nee, du musst eher fragen, wer ausgestiegen ist Okay, wer ist ausgestiegen? Keiner Keiner ist ausgestiegen, ich saß da drin Oh Äh Ach, so Jetzt Ja, ist okay Bis zur Wende eigene Dispo Das sind 2 Minuten, geh mir nicht auf den Sack, Decker Passiert auch voll viel was Dürfen wir auch ausräumen So Leute, ich will mal kurz schlafen Bauen Sie rein Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme Der Damit würde ich sagen, ciao mit Frau Robin Tschüss